Bei den Springferien muss man es eigentlich anders auf den Punkt bringen. Ich habe es eingangs schon erwähnt, Paul nimmt den Drogenfaden auf, nimmt noch auf, aber hier, Paul, kommt hinter Figaro, der Trakener hartisch. Aber das war auch, das war auch ein unwahrscheinlich leistungsstarker. Solche Vererber können die Trakener heute wieder ganz gut gemacht. Auch das hat er nicht gewusst, Uwe. Seit 4 Euro habe ich Herrn Maglède verkauft. Vielen Dank, Maglède. Grundgangsarten wie aus der Lehrbuchfibel sozusagen bei diesem Übendling. Sind das Neuzugänge, Herr Schock? Vorkommt, ihr merkt jetzt schon, Uwe kriegen ja noch wenige Zugesichte. Eine Engstation, die zukunftsweise hier aufkommt, mit diesen Gangsters. Auch hier dürfte das Championat, wo man keine Rolle spielt. Schufro und Eva Möller. Geht es besser für einen Glückling? Manni Schäfer. Applaus Hat sich hier schon, was seit Jahren hier verlandet war, auf der Aufführung zu Fekta fürs Oldbucher Land. Ideal, Eva, lasst ihr nochmal schlagen. Ihr dürft alle mitarbeiten, Eva, freut mich drauf. Schufro und Eva Möller. Schufro und Eva Möller. Es geht da über den Dingen. Applaus Jenn & Applaus Applaus Oh, Freunde desinkapeis. Das wird ein schweres Einstieg.